Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Auf meinem YouTube-Channel erhaltet ihr täglich die bestmöglichen Updates in Bezug auf Bitcoin. Insbesondere erfahrt ihr auf meinem YouTube-Channel, wie es weitergeht mit dem Bitcoin-Preis. Leute, wenn ihr gerade Bitcoin-Trades offen habt oder gerade am Planen seid, einen neuen Bitcoin-Trade zu eröffnen, würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Und Leute, auch in diesem Video habt ihr wieder die Möglichkeit, Bitcoins im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und meinen Channel zu abonnieren. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Einstunden-Chart. In unserem Bitcoin-Einstunden-Chart entwickelt sich jetzt gerade ein Pattern, welches auf Short-Term betrachtet signifikant darüber entscheiden könnte, wohin wir in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin-Preis hingehen werden. Und zwar entwickelt sich jetzt hier gerade in diesem Bereich ein kleines Falling-Wedge. Wir sind weder nach oben noch nach unten ausgebrochen, aber möglicherweise werden wir jetzt in den nächsten Stunden einen Ausbruch hier entweder nach oben oder nach unten erleben. Natürlich befinden wir uns hier lediglich auf dem Einstunden-Chart, deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir hier eine Long-Term-Prognose für den Bitcoin-Preis machen können. Aber wie gesagt, zumindest auf Short-Term betrachtet, können wir eventuell herausfinden, wohin wir mit dem Bitcoin-Preis gehen werden. Was mir hier allerdings ein wenig Sorgen macht, ist, dass wir mit einem extrem niedrigen Volumen fortschreiten. Wenn wir es schaffen wollen und hier aus diesem Falling-Wedge nach oben ausbrechen wollen, brauchen wir an dieser Stelle unbedingt ein höheres Volumen. Das Preisziel aus diesem Pattern wäre hier bei ungefähr 60.000 Dollar. Das Problematische an den 60.000 ist, wir waren ja schon einmal dort und wurden rejected. Wenn wir einmal rauszoomen, können wir erkennen, dass wir bei den 60.000 Dollar einen extrem starken Widerstand haben, wie zum Beispiel insgesamt hier in diesem Bereich, aber auch hier in diesem Bereich und in diesem Bereich. Das bedeutet, es wird nicht besonders einfach werden, für den Bitcoin die 60.000 Dollar bzw. den Widerstand bei 60.000 Dollar zu durchbrechen. Und auch unser MACD-Indikator auf unserem Bitcoin-Einstunden-Chart gibt uns eine eher nüchterne Information. Und zwar können wir sehen, dass wir mit der MACD-Linie uns unterhalb von der Signallinie befinden, was so viel bedeutet, wie dass wir zumindest auf unserem Bitcoin-Einstunden-Chart eher bärisch fortschreiten. Wir müssen es unbedingt schaffen und hier mit dieser MACD-Linie erneut über diese Signallinie hier gekennzeichnet in orange darüber auszubrechen. Und Leute, auch in unserem Bitcoin-Vier-Stunden-Chart sieht es nicht besonders bullisch aus, denn wir sind hier ja vor kurzem aus einem Falling-Vetch nach oben hin zwar ausgebrochen, aber wir können erkennen, dass Bitcoin es nicht schafft, weiterhin mit dem Bitcoin-Preis nach oben zu gehen. Und auch in diesem Bereich können wir noch einmal die Rejection bei 60.000 Dollar erkennen. Wenn wir einmal unsere EMA-Rubbins zur Hilfe holen, können wir sehen, dass wir nicht nur von den 60.000 Dollar rejected wurden, sondern ebenfalls insgesamt von den EMA-Rubbins. Kurzfristig haben wir es geschafft, hier in diese EMA-Rubbins reinzugehen, allerdings wurden wir dort letztendlich rejected und sind erneut unterhalb dieser EMA-Rubbins auf unserem Bitcoin-Vier-Stunden-Chart. Dies ist weiterhin kein bullisches Signal für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Wir müssen es hier erneut schaffen und in diese EMA-Rubbins reingehen. Ebenfalls können wir hier in diesem Bereich erkennen, dass aktuell unsere grünen Kerzen niedriger sind als unsere roten Kerzen, was darauf schließen lässt, dass die Bären aktuell aggressiver unterwegs sind als die Bullen. Auch das könnte möglicherweise darauf schließen lassen, dass wir weiterhin mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen werden. Oh Leute, kommen wir einmal zu unserem noch wichtigeren Chart, zu unserem Bitcoin-Tageschart. Wenn wir hier einmal unseren CPI-Indikator erneut einblenden, können wir eine wichtige Information aus diesem Bitcoin-Tageschart entnehmen. Und zwar können wir sehen, dass wir uns nach wie vor auf den zentralen Pivot-Linien aufhalten. Auf dem ersten Blick ist dies ein positives Signal. Allerdings, falls wir hier unter die 55.100, 55.200 Dollar fallen sollten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir dann unseren ersten Support hier an unserem CPI-Indikator antesten werden. Dieser erste Support würde liegen bei in etwa 47.500 Dollar. Ich möchte nicht sagen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis bis zu unserer ersten Support-Linie gehen werden. Aber, falls wir hier diese zentralen Pivot-Linien nicht mehr halten können, ist das Risiko groß, dass wir auf unsere erste Support-Linie fallen werden. Wir können sehen, dass dieser CPI-Indikator auch in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Zum Beispiel hier, in diesem Monat hat es uns perfekt das Preisziel aus diesem Monat angezeigt. Dort haben wir einen Support erfahren und sind erneut mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Oder zum Beispiel hier in diesem Bereich, wir haben es hier mit dem Bitcoin-Preis nicht geschafft, die zentralen Pivot-Linien zu halten. Danach sind wir nach unten ausgebrochen, exakt bis zu unserer ersten Support-Linie und danach sind wir erneut mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Ein ähnliches Szenario kann ich mir auch jetzt aktuell vorstellen. Was ich mir aber ebenfalls vorstellen kann, ist, dass wir hier mit dem Bitcoin-Preis noch ein bisschen nach unten gehen, aber dann hier in diesem Bereich ein kleines W-Pattern bilden und danach mit dem Bitcoin-Preis erneut nach oben gehen. Natürlich, dazu muss Bitcoin es erstmal schaffen und hier mit dem Bitcoin-Preis erneut nach oben gehen. Aber, falls wir dieses W-Pattern in diesem Bereich bilden können, möchte ich euch natürlich auch nochmal das Preisziel aus diesem W-Pattern anzeigen. Und zwar, das Preisziel würde dann nämlich liegen bei in etwa 64.500 Dollar, ein ziemlich bullisches Preisziel jetzt gerade für den Bitcoin-Preis. Aber, wie gesagt, erst einmal müssen wir es schaffen und hier diese Necklein in diesem Bereich hinter uns lassen. Und Leute, der RSI EMA-Indikator, mein Favorit-Indikator, gibt uns ebenfalls ein ziemlich bärisches Signal. Denn wir befinden uns jetzt gerade weiterhin mit dieser gelben Linie unterhalb von dieser grünen Linie, was so viel bedeutet wie, dass wir weiterhin mit einer Korrektur rechnen müssen. Zum Beispiel hier in diesem Bereich ist die gelbe Linie über die grüne Linie ausgebrochen und danach, genau in diesem Moment, sind wir mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Aber, als wir hier mit der gelben Linie unter die grüne Linie ausgebrochen sind, sind wir ebenfalls genau in diesem Moment mit dem Bitcoin-Preis nach unten gegangen. Das bedeutet, wir müssen es unbedingt schaffen und erneut hier mit dieser gelben Linie über diese grüne Linie ausbrechen, denn nur so können wir davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis wieder nach oben gehen wird. Und Leute, noch die Auslosung zu meinem letzten Video. Hier ist bereits der Link von meinem letzten Video und wenn wir hier unten einmal auf Start klicken, können wir dann erkennen, wer die Bitcoins im Wert von 50 Dollar gewonnen hat. Glückwunsch an Zockken. Ich werde Didi Satoshis im Wert von 50 Dollar so bald wie möglich zukommen lassen und wie gesagt, auch in diesem Video habt ihr wieder die Möglichkeit, Satoshis im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten in die Kommentare reinzuschreiben und meinen Channel zu abonnieren. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.